Hallo liebe Hundefreunde, hier haben wir unser Spitzenmodell Canimondo Coccolone. Coccolone aus dem italienischen für kuschelig, lehrtergestelltes Kunstleder, ein schöner Keder und die Matraxe aus diesem Bett ist aus orthopädischem Schaumstoff. Man kann sie komplett rausnehmen und auch mal einzeln für den Hund legen. Wir haben diese Betten in zwei verschiedenen Farben. Bei all unseren Betten sind alle Stoffe rausnehmbar, der Boden ist gummiert, alle Betten sind handgenäht, aus der EU, eine wunderbare Qualität. Jetzt zeige ich euch noch mal die Matratze im Detail. Das ist die Matratze aus dem orthopädischen Schaumstoff. Wie ihr seht, wenn man den reindrückt, dann kommt er nur ganz langsam in seine ursprüngliche Form zurück, bzw. wenn der Hund drauf liegen bleibt, bleibt er auch in seiner Form, sodass die natürliche Schlafhaltung des Hundes unterstützt wird. Ein sehr wunderbares Material. Wie ihr seht, drehen wir hier in den Hundesalon von unserer Filiale Zone Co. in Warndorf. Also es ist hier alles keine Animation, sondern es ist alles echt. Wir sind seit 40 Jahren so Fachhändler, kennen uns aus, wissen, was ihre Hunde brauchen.